Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Mein Name ist Blockwitsch und wir sind hier immer noch an diesem wunderschönen Pausenbildschirm und wir legen auch sofort wieder, fangen sofort wieder an. Noch eins kurz vorweg, falls man das hier bohren hört, tut's mir leid, aber laut meiner Aufnahme hört man das nicht. Nur für den Fall, bitte nicht heulen. Danke. Auf geht's. Es waren einmal zwei Freunde, die Ibsen und Kohlen ließen. Sie arbeiteten auf einer kleinen Burg. Als eines Tages einen Brief Ibsen erreichte, aber der Brief war so vom Regen durchnässt, dass man kaum lesen konnte, was in ihm geschrieben stand. Komm nach Hause, waren die einzigen noch lesbaren Worte. Heute statt man in einem Luftschiff und fliegt nach Hause, kein Problem, aber zu dieser Zeit gab es sowas ja noch nicht. Ohne zu wissen, was eigentlich los war, nahm sich Ibsen frei von der Arbeit, packte seine Sachen und machte sich auf die Reise. Sie überquerten Berg und Tal, fochten sich durch die dichten Nebel und kämpften sich durch Monsterhorden, aber zu zweit konnten Kohlen und Ibsen es schaffen. So reisten sie tagelang, bis eines Tages Ibsen zu Kohlen aufsah und fragte, Sag mal, warum hast du dich überhaupt entschlossen mitzukommen? Was hat Kohlen geantwortet? Weil du dich entschlossen hast zu gehen. Das Schiff legt ab. Heute? Zidane! Ich... Leli? Hörst du das? Hörst du auch jemanden singen? Hä? Aber das ist ja dein Lied. Wie... Aber wie kann das sein? Die heiligen Wandgemälde sehen im Sonnenuntergang fast aus, als ob sie lichterloh in Flammen stehen würden. Ich habe diesen Anblick schon einmal gesehen. Bist du dir da sicher? Ja? 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 Es knatscht jetzt doch mal. Entschuldigung. Sorry fürs Knatschen. Ich überhaupt nicht. Lilly. Lilly, was ist los? Wo ist Lilly? Er war am Schlafen und ich wollte ihn nicht wicken. Möchtest du darüber reden? Nur eigentlich nicht. Ich habe keine Erinnerung an meine Kinderheit. Ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, weil ich dachte, ich hätte diese Zeit einfach vergessen. Es hat mich auch nie jemand nach meiner Kindheit oder dergleichen gefragt. Dass ich in Alexandria aufgewachsen bin, stimmt. Aber ich glaube, erst nachdem ich sechs war. Erst nach sechs? Und davor? Davor bis sechs bin ich... bin ich hier in Medinsari aufgewachsen. Ich kann mich noch nicht wirklich an alles erinnern. Es ist alles so... verschwommen. Aber ich weiß... Vor ungefähr zehn Jahren hat ein fürchterlicher Wirbelsturm dieses Dorf heimgesucht. Und an diesem Tag bin ich mit meiner lieblichen... leiblichen Mutter in einem kleinen Boot aus diesem Dorf geflohen. Genau wie das kleine Boot, das in der Bucht hinter dem Haus von Aiko liegt. Als ich mit Zidane auf diesem kleinen Boot stieg, das Lied hörte und die Wandgemälde sah, kam meine Erinnerung plötzlich wieder. Es ist das Lied von Medinsari. Deswegen konnte dir keiner sagen, woher du das kennst. Aber wie bist du denn nach... Bäh? Aber wie bist du denn nach Alexandria gekommen? Und warum bist du dann dort aufgewachsen? Und das als... Prinzessin? Warum hast du kein Horn wie alle, Espa? Ich weiß es einfach nicht. Aber vielleicht weiß Professor Toto etwas darüber. Auch über meine Mutter, die auf unruhige See... Meine wirkliche Mutter, die mich überschützte und wahrscheinlich an jenem Tag auf dem Boot dabei umkam. Was für eine Ironie. Die Person, die sie für ihre Mutter hielt, ist gar nicht ihre wirkliche Mutter. Und ihre leibliche Mutter war jetzt nicht mehr unter uns. Lili hat heute gleich beide Mütter verloren. Kein Tag ist vergangen, an dem ich nicht vor diesem Bandgemälde gebetet habe. Du auch? Ja, genau wie du. Ich bin froh, zumindest das Einteil meiner Erinnerung wiederbekommen zu haben. Lili! Willkommen zu Hause! Danke, Alko. Hihihi! Mach das so! Alko ist glücklich. Nicht die einzige zu sein, die von uns noch lebt. Mein Entschluss steht, Aiko wird mit Zidane und Lally mitgehen. Damit breche ich zwar mein Versprechen gegenüber Großvater, aber ich möchte nicht mehr alleine sein. Außerdem hat Großvater immer zu Aiko gesagt, es ist wichtig, dem eigenen Herzen zu folgen. Ich weiß zwar nicht, was kommt, aber... Zidane, ich möchte das eigentliche Ziel unserer Reise zu diesem Kontinent erreichen. Na Logo, geht mir doch genauso. Dann lasst uns alle gemeinsam gehen. Lally, wollen wir zusammen beten gehen? Gerne. Ich bin mir immer noch unsicher, ob das der richtige Weg ist. Aber zu der Zeit, wo wir Ku jetzt bezogen haben, wird vielleicht wieder der Frieden in Alexandria einkellen. Großvater, Aiko macht sich auf den Weg! Du kommst also mit? Was denn? Kein Grund, das Gesicht zu verziehen! Hab ich doch gar nicht! Ich schaue immer so... Mogu, wo steckst du? Mogu! 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 Hol'n Aiko! Meine Alkoh! Bitte vergiss nicht, dass in Menrizare immer ein Ort hast, in ihr zurückkehren kann's, Ku'po! Und mach dir keine Sorgen wegen dem Dorf! Wir werden darauf aufpassen, Ku'po! Folge, stellt deinem Herzen, Ku'po! Wünge die Nacht der Heiligen-Wann-Gemälde mit dir sein! Was? Hahaha! ... Tschüss. Spuck es aus. Aus welchem Grund hast du mich nicht getötet? Naja, was soll ich dazu sagen? Bist du wirklich so unzufrieden, nicht getötet worden zu sein? Warum bist du so erpicht darauf zu sterben? So wüsste ich wenigstens, woran ich bin. Dann schließt dich doch uns an. Zidane! Was? Was soll das jetzt wieder heißen? Vielleicht verstehst du dann meine Handlungsweise und was ich gemeint habe. Und außerdem stehen uns jetzt sowieso einige Menge Kämpfe bevor. Deine Kraft wird uns sicherlich von Nutzen sein. Diese Spontanität ist ihm also noch geblieben. Hä, hast du was gesagt? Einverstanden, aber sei auf der Hut, ich werde dich stets im Auge behalten. Und? Hast du auch einen Namen? Nein, nenn mich wie du willst. Lani nannte dich einfach nur Rotshopp, oder? Mahagon, Volk männlich, äh, menschlich, mensch, männlich, volkmensch, geschlechtmännlich, alter 26 Jahre alt, Rechtshänder, Name Mahagon lassen wir natürlich so. Und links seine wunderschönen Red Locks. Man sieht auf diesem Bild gar nicht, der ist rot außerhalb links ein bisschen. Aber, ja, wir lassen das natürlich einfach so, Mahagon. Mag sein, dass manche mich so nennen. Rot scheint ja sowieso deine Liebungsfarbe zu sein. Wie war's also mit Mahagon? Jetzt, wo wir so viele sind, sollten wir uns einigen, wer im Ernst verhandeln die Front soll. Äh, Vivi kann ich nicht nehmen. Lilly würde ich auf jeden Fall drin lassen, Vivi eigentlich auch. Jetzt schön für Leben, deswegen tauschen wir mal Eiko damit aus. Keine Sorge, der würde uns schon keine Probleme machen. Überlasst das nur mir. Also, aufzähl, Fassbaum. Ja, und schon dürfen wir wieder zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Und dann, sorry. Baumüphers, Seite Süden. Ich müsste man den ja hier irgendwo sehen, oder? Kann man hier auch enden. So, dann gehen wir hier mal wieder zurück. Schon wieder eine 5 Stunden verspielt. Mann, Mann, Mann. So, hier hoch. Glaube ich zumindest. Da ist schon der Baum. Wie gesagt, Monster sind raus. Dass wir hier in Ruhe durchruschen können. So, wir machen mal nichts. Wir gehen mal kurz ins Anlegen-Menü und schauen mal durch. Der Mutti-Stab. Nehmen wir mal den. Die ist auch noch mal ein bisschen besser. Aber Rubin. Hat sie ja alles schon. Okay, dann haben wir sogar zweimal. Den haben wir gerade an. Die ist auch noch mal ein bisschen schlechter. So, und dann gucken wir auch mal noch Maragon. Der kriegt auch Held bei der Blitzkanne. Der kriegt dann... Ein bisschen stärker, würde ich sagen. Abwehr. Passt ja. Das sind Töter, können wir ja sowieso nicht. Herz-Aus-Stein, Ton-Turm. Gib mir die Holz-Auge, HP plus 10. Okay. So, der kriegt ja jetzt auf jeden Fall noch Abilities. Zack. 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 Okay, davon habe ich jetzt jetzt nicht mehr. Ansonsten sind wir voll. Das heißt, wir spechern hier einmal kurz ab. Jippa. Glück's. Und dann gehen wir zum Baum 9. Zum Ifas Baum. Ein wenig ist noch von dem alten Nebel übrig geblieben, aber neuer scheint nicht ein Schand zu sein. Dann war Koja wohl auch nicht hier. Was ist mit dem Nebel? Wir haben alle zusammen dieses Wunser fertig gemacht, das den Nebel erzeugt hat. Deswegen herrscht wieder klares Wetter. Wieder klares Wetter? Wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wie die das geschafft haben. Sie dann, ein silberner Drache. Tatsache, ist soweit ich mich erinnern kann, ist Kuja damals auf einen silbernen Drache aus dem Ruin Bumezias davon geflogen. Das ist Kuja. Er ist tatsächlich gekommen. Endlich ist dieser lange ersehnte Tag gekommen. Noch dunkler. Der Tag, an dem mein Traum in Erfüllung geht und ich mein wahres Ich enthüllen kann. Die Barriere Ifas scheint aufgehoben, aber das interessiert nun nicht mehr. Es ist nichts weiter als eine unbedeutende Kleinigkeit. Woran mag es wohl liegen, dass der Baumiefas heute noch prächtiger erscheint? Seine Schönheit wird seiner Existenz als Mutter aller Bäume wahrlich gerecht. Ich habe mich entschieden, meine kleinen Silberdrachen, seine Baumkrone, soll meine Ehrenloge sein, von der ich das Schauspiel beobachten kann. Gruppenmitgliederleber wechseln, wechseln, Menü aufrufen, passschauen. Dann kämpfen wir jetzt anscheinend noch mit dem Kuja, denke ich mal. So viele Wurzeln hab ich noch nie gesehen, deswegen wurzel ich an mir selbst. Wenn wir hier weiter gehen, kommen wir nicht zur Baumkrone. Dort oben auf der Baumkrone ist er gelandet. Und wie kommen wir da jetzt hoch? Was macht die dann? Wir klettern einfach. Wir klettern einfach. Oh, nee. Eiko, traut sich nicht. Ich habe es bestimmt auch nicht. Ich bin noch nie geklettert. So, jetzt stehen wir ein bisschen blöd da. Vorschläge? Warum diese Unsicherheit? Warum gehst du nicht alleine? Wird wahrscheinlich nicht viel bringen, wenn ich alleine zu Kuja gehe. Wie könnte ich nur gegen so ein welcher wie Dena verlieren? Ja, huch. Ich dachte, schmeiß mir ja keinen runter. Ohne Gelabalas wird er abgeworfen, meine Faustträger zum Überleben. Den Rest konnte ich jetzt leider nicht vorlesen. Ey, ja, aber wir haben unsere eigene Methode. Ich habe ja das Gefühl, dass ihr gar keine Methode habt. Hey, du spiel dich nicht auf. Schließlich hast du gegen sie dann verloren. Klappe, Kind. Da kommt mir doch glatt eine Idee. Du schuldest mir doch noch was. Stimmt's, Margon? Wie wäre es, wenn du deine Schulden jetzt begleichst? Und wie? Okay. Hier wächst überall Gantula-Kraut. Also müsste irgendwo ein Paar herumlaufen. Wärst du so nett, eine zu fangen? Dann können wir alle zusammen nach oben. Was für eine schwachsinnige Idee. Findest du? Wie konnte ich nur gegen den... Hey, sofort loslassen! Ah! Oder so. Okay, dann nehme ich dich, Huckepackleli. Bitte, was ist die dann? Lass mich wieder runter! Der Schwachen wird durch die Kraft der Starken ihre Freiheit genommen. Das ist die Natur und die Logik der Stärkeren. Der Schwache stirbt und der Starke überlebt. Und deswegen benötige ich noch mehr Kraft. Und ich erfuhr von einer Kraft, die sogar eher fürchtet. Zehn Jahre sind seitdem vergangen. Ich spüre schon das Rasen meiner Seele. Ups. Bis hierher sind sie also gekommen? Nun gut. Bis diese Elefantenkuh hier auftaucht, kann ich mir auch die Zeit mit diesen Ungeziefer vertreiben. Nicht schlecht, Mahagon. Meine Schulden habe ich beglichen. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was ihr könnt. Das ist also cool. Ich bin bereit für den Kampf. Kuja. Der Mann, der den Schwarzen Magier abgemacht hat. Wenn dieser Typ euer Feind ist, dann ist er auch mein Feind von Aiko. Auch ein Feind von Aiko. Okay, auf ihn mit Gebrüll! Ihr seid also Kuja? Ich... Ich bin... Ich bin Garnetil Alexandros, Prinzessin von Alexandria. Ich bin gekommen, um euch eine Frage zu stellen. Wart ihr es, der die Königin Alexandros verleitet und den Krieg auf den gemeinsamen Kontinent hervorgeschworen habt und in diesen Händen allen Fäden dieser dunklen Trink zusammenlaufen? Was du er es, der alle meine Freunde die Schwarzmeier geschaffen hat, um sie als Werkzeuge im Krieg zu benutzen? Aber was sehe ich denn da? Die Prinzessin im Besitz einer meiner kostbarsten Marionetten. Seid unbesorgt, Prinzessin. Ich besitze nicht die Kraft, all dies zu vollbringen. Ich habe hier nur das Rezept gezeigt, wie man es bewerkstelligen könnte. Als erstes lässt man eine fein gerote Seele garen. Dann schmeißt man die mit viel Liebe zubereiteten Schwarzen Magier in die Pfanne. Sei sofort still! Und zu guter Letzt nimmt man dann die Reste der gegarten Seelen, vermischt sie mit den Schwarzmagie und schon hat man eine seelenlose Marionette. Haha! Reste der gegarten Seele, redest du vom Nebel? Zuerst wollt ihr es nicht hören und dann wiederum doch, ihr solltet euch entscheiden. Aber wenn ich es mir so recht überlege, ist es für euch ein bisschen zu früh alles zu erfahren. Fühlst du denn, fühlst du denn überhaupt gar nichts, das Leben so vieler Menschen zu opfern? Lächerlich! Jeder tötet um zu leben, der eine mehr oder andere weniger, aber was macht das schon für einen Unterschied? Zu den ersteren gehört übrigens auch deine Mama, liebe Prinzessin Garnet. Sie ist von ihrer Gier nur so besessen und muss einfach alles besitzen, um ihr ausgetrocknetes Herz mit Glück zu erfüllen. Ich soll für diesen Krieg verantwortlich sein? Oh nein, das war der Wunsch deiner Mama ganz allein. Ich habe ihr nur von Zeit zu Zeit einen Ratschlag erteilt. Alles Lüge, meine Mutter wäre ein lieber Mensch, aber du hast sie verleitet. Hahahaha, Vorhang auf und Bühne frei, gerade rechtzeitig. Und nun sieh selbst das wahre Gesicht deiner Mama, mein kleines Täubchen. Er sagt, das Ende einer hässlichen Gier. Hahahaha, Kuya, der kürigste Kerl. Ich habe dich schon längst beim Baumi fast erwartet. Übrig bist nur noch du, wenn ich mit dir fertig bin, dann wird die Welt mir gehören. Hahahaha, aber ich habe deinen Beitrag zu meinem Erfolg nicht vergessen. Und zum Dank werde ich dir die volle Ladung servieren. An die gesamte Flotte, die Schwarzmeiger sollen beginnen, ihre gesamte Magie zu konzentrieren. Lass Kuya noch ein wenig in der Luft tanzen und dann feuern, was das Zeug hält. Befehl ihrer Majestät, alle Magier sofort damit beginnen, ihre gesamte Magie zu konzentrieren. Oh nein, warum? Deine Mama scheint sich mit einem Kontinent wohl nicht zufrieden zu gehen. Ihre Hässlichkeit und ihre Dummheit lässt mich beinahe in Tränen ausbrechen. Aber es verläuft genau so, wie ich es erwartet habe. Was meinst du damit? Das wahre Schauspiel beginnt erst jetzt. Schaut es euch an und genießt es. Wir überziehen ein bisschen. Das tut mir davon aus. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So einfach lassen wir dich nicht davon kommen. Neuer Nebel wird nicht mehr ausgestoßen, aber es gibt ja noch jede Menge in den Höhlen und in den Wäldern. Und deswegen kann ich mit meiner Magie immer noch Monster erschaffen. Erwacht Bestien dessen Nebels. Jetzt. Jaaaa. Wie schon gesagt. Wir haben leider nicht auf den Höhlen gezahlt. Almosen. Okay. Werfen. Feuer. Hoi. Wo ist meine Amau? Ach so. Tut okay. Ein Kampf zwischen den Gegnern. Warten wir wer als Sieger hervorgeht und kümmern uns dann um diesen. Und das wird wohl cool sein. Hahaha, du tyrisches Weib, Brain, gegen die Monster aus dem Nebel sind wohl auch deine ach so grandiosen Ganonen macht los. Hahaha, aber für die Richtung auch sein magst, du solltest wissen, dass es nunmehr nur einen Ausweg für dich gibt. Du begriffsschütziges Weib, was brauchst du so lange? Dann muss ich mich wohl selbst bemühen. Ich werde ihn absteigen und mich dir opfern, dann wirst du mich gar nicht mehr verfehlen können. Runter, Silberdrache! Ganz verwerfen, was Morgan gesagt hat. Kann man nicht. Wir sollten uns erstmal zurückziehen, bevor wir auch was abkriegen. Nein, ich kann nicht. Ich kann Mutter nicht alleine lassen, sie ist in Gefahr! Lilly? Sieh dann, ich, ich muss Mutter helfen! Aber wieso denn Lilly, sie hat dir dein Bestia-Interessen und auf dem gesamten Kontinent einen Krieg entfacht? Ich weiß, aber trotzdem kann ich sie doch nicht einfach sterben lassen. Sie sorgt sich nicht das kleinste bisschen um dein Wohl. Wozu also? Sowas ist keine Mutter! Aber für mich ist sie eben doch meine Mutter! Auch wenn du das nicht verstehst, sie dann! Eiko, sagtest du nicht, dass an diesem Ort besser gebannt sein? Ja, hier schon! Bitte, bitte! Sag mir, wo! Ziemlich weit unten ist ein Dorf, wo die Wurzeln zusammenlaufen. Siehst du, erst dort steht das Siegel! Ja, ich kann es sehen! Ja, ich kann es sehen! Lilly, aber alleine kannst du nicht! Mut! Ach, ja, ähm, andere Schwarz-Magie! Äh, war schon! Okay! Der war ein bisschen leicht dran! Wir haben keine Zeit! Leute! Ja, ich kann es sehen! Mord! Na, herrlich! Tolle Nummer! In solchen Momenten verliert man halt die Fassung! Und dann darf man auch so reagieren! Kapiert? Sieh dann! Wir müssen hinterher! Allein ist es für Lilly zu gefährlich! Ja, schnell hinterher! Okay! Ich darf endlich mal fahren! Juhu! 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 Juhu!